Ja, wieder reinlogge hier und wir ganz woanders hingehen, damit uns da nicht gleich die Viecher überraschen hier. So, hier bauen wir das. So ein bisschen so. Ja, perfekt. Ne, nicht perfekt. Da fehlt noch was. Zack. Ja, lassen wir es einfach mal so. Hier haue ich noch mal hier so ein Ding hin. Da noch eventuell so. Da auch noch mal. Und da war es gerade so schön mit den letzten zwei hier. So, wie es geht. Gut, dann haue ich mich mal aufs Ohr, mache hier einen Cut und eine kleine Spielpause dazu. Und das sieht jetzt scheiße aus. Wunderbar. Ah, ja. Gut, dann. Aufs Ohr ab. Und Tür zu. So. Runter zu unserem Bettchen. Und dann sage ich hier schon mal. Gute Nacht. Und bis zum nächsten Part. Und wenn ihr noch einige Ideen habt, schreibt es rein in die Comments. Ich lese ja jedes Comment. Und wenn es blöd genug ist, antworte ich natürlich auch drauf. Eh klar. Also dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Guten Morgen, liebe Sorgen und gute Endmorgen. Leute, natürlich auch so sind wir wieder hier. Und ja, schauen wir mal, was wir denn heute so machen. Auf jeden Fall brennen da oben schon gemütlich ein paar Zombies vorsichtig. Wo denn? Geschnetzeltes. Saugen wie Geschnetzeltes. Ach da. Komm. Gleich mal hier mitnehmen. Und. Ein Schweinchen. Ja, was müssen wir denn tun? Mal ein paar Schäfchen scheren. Und da drüben haben wir schon eins. Ja, dann. Ha. Hü. Boah, ist ja dunkel. Müssen wir ein paar Schäfchen scheren. Da oben sehe ich auch schon eins auf dem Berg. Damit wir ja mal unsere Decke und unsere Wände und alles vollenden können. Hüpp, 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 hüpp. So, und da drüben haben wir auch eins. Das holen wir uns natürlich auch gleich. Hüpp. Na komm her, du Schäfchen. Danke. Mäher. Ich hab die doch schon abgemäht. Es sei denn, du willst, dass ich dich niedermähe. So, da oben war auch noch eins. Und die Kuh, die klatschen wir auch gleich weg. So, ey. Hör mal hier. Die hat nix für uns. Hüpp, 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 hüpp. Und da haben wir wieder ein paar Federchen. Hüpp, 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 hüpp. Äh. Schäfchen. Und ein paar Pfeile. Jawohl. Und da unten ist es. Oh, das flüchtet. Kommst du her, du? Ich will hier doch nur das Fell abziehen. Da. Okay. So. Und dann wieder zurück. Jetzt haben wir wieder ein paar Wollblöcke. Aber ich glaube, da braucht man noch ein paar mehr. Hüpp, 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 hüpp. Hüpp, hüpp. Hüpp, hüpp. Ach, verdammt. Haben wir was zum Futtern dabei? Ne, haben wir natürlich nicht. Hüpp. So, mal ein bisschen einen Freischwimmer machen hier. La, la, la. So. Uah, ist aufgeraht. Hopp. So. Ich muss mal hier oben eine Kiste reinbauen, damit ich nicht immer runterlaufen muss. Ja, dann ist jetzt habe ich meine Dings auch unten. Das ist ja eigentlich, nee, wo habe ich die? Wo habe ich denn meine Box, wo ich hier mal basteln tue? So, was wollte ich jetzt? Federn rein. Schmeiß ich mal alles hier rein. Was ich nicht brauche. Und dann kommt rein. Und Wolle rein, Wolle reinziehen, Wolle. Ja, die brauchen wir nachher. So. Dann hüpfen wir hier nochmal rauf. Ach, da habe ich sie. So, ähm, ne, Kiste. So, machen wir gleich zwei. Und ich müsste mal ein bisschen ordnen hier. Ich habe immer noch das Gefühl, wir haben hier blankes Chaos. Da machen wir einfach da so. So. Ja, passt. Dann können wir da immer die Wolle und sonstiges Zeug reinlagern. Und dann passt das. So. Was wollte ich denn jetzt? Ich habe schon wieder keine Ahnung. Ja. Hüpfe doch mal runter. Ach so, die Wände wollte ich ja mal. Jetzt fällt es mal wieder ein. So, jetzt hier runter. Und da wollte ich doch mal die Wände, da den ganzen Sand da raus, da den Schotter raus. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir gleich mal hier. So, so, so. Ja. Alles mal raus hier. Ja. Ja. Und hier machen wir mal hier. So. Und hier machen wir das selbe. So. Besser aus. Und da ist man jetzt eine Leiter verschwunden. So. So. Und Leiter. Und Leiter. Ja. Ich glaube, ich habe sie wieder. So. Zack, zack. So. Und was machen wir denn hier für einen Boden? Müssen wir hier überall Holzboden reinmachen? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Ach du Leiter, du. Überall Holzboden wäre ja auch langweilig, oder? Ach, noch nicht. So. Mach mal einfach mal hier. So. So. Und dann machen wir da noch. Zack, zack. Und zack. Ja, Leute, ich weiß, besonders spannend ist es nicht, aber das müssen wir auch irgendwann mal fertig bekommen. Oh. Ach, da haben wir wieder. Schaufel, 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 Schaufel. Oh. Jetzt weiter. La, 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 la. Und da haben wir wieder den Schotter. Und da haben wir Eisen. Ja. Wo kommt denn das her? Das ist ja ganz perfekt. So. Hier, 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 hier. Hier. Hier, hier, hier. Hier. Nach hier. So. Und da müssen wir noch eins nach unten. Für den Boden. Gut, jetzt ist die Spitza-Cam einmal super. Hör auf. Und Eisen haben wir sogar dabei. Wunderbar. So, dann gleich wieder runter. Und weiter im Text hier. So. 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 Und das Kram mal gleich raus. Steinchen, 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 Steinchen. Wir haben so viel Steinchen und Eisen. Wunderbar. Wo kommt denn das Zeug her? Hopp, hopp. Dann können wir gleich hier wieder so zumachen. So. Und auf dieser Höhe kommt ja unser wunderbarer Boden. So. 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 Und. Ja. Jetzt haben wir kein Holz machen. Haben wir gar keins mehr. Holz. 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 Ähm. Ja. Da müssen wir wieder ein bisschen. Bäume klatschen gehen hier. Wird uns nichts helfen. Aber ich sehe schon. Es sind eh schon ein paar Bäumchen hier nachgewachsen. Wunderbar. Und da haben wir wieder ein Schäfchen. Shisha-Schäfchen. Zack. Danke. So. Dann hauen wir gleich mal den Baum um hier. Wir haben ja eh noch unsere Axt dabei. So. 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 Dann so. Und darauf. Den nehmen wir auch gleich mit. So. Und dann nehmen wir hier den ganzen Stamm noch mit. Und da haben wir wieder ein paar kleine Setzlinge. Schäfchen. Und da hinten schwimmt noch ein Schäfchen. Das holen wir auch gleich. Kommst du her du Schafi. Okay. Und jetzt wird es dunkel. Ähm. Moment. Wo habe ich die? Da habe ich sie. So. Die setzen wir gleich wieder ein. Damit die schon mal wieder wachsen können. Shasen.